Hurra, ich habe es gefunden. Das ist die unterste oder untere Sandbringklippe und die kann man vom Wurmberg aus gut sehen. Und da habe ich vor ein paar Wochen hier rübergeguckt. Hätte ich nicht gedacht, dass ich wirklich mal hierher schaffe. Ich blende die Koordinaten ein. Also wer mal herwandern will, ist die einzige Klippe, die sich richtig lohnt. Die hat mal eine wunderschöne Rundumsicht. Da drüben ist der Wurmberg. Da hinten ist Schirke. Ich kann den Erdbeerkopf sehen und die Leistenklippe eventuell, Grenzklippe, also den Hohnekam sieht man. Ja, da drüben ist Steinbruch Königsberg. Königsberghöhnenzug. Da kann man auch schön lang marschieren. Es gibt ein paar markante Klippen. Da ist der Königsberg selber. Der hat kleine Gipfelklippe. Also der Aussichtspunkt ist echt genial. Nur zu empfehlen. Da hinten ist der Achtermann. Leider funktioniert der optische Zoom meiner Kamera nicht mehr. Kann ich das nicht so schön demonstrieren. Oh, ist das toll. Ja, danke an Luke 11 66 und die Wanderfreunde aus Werningerode, die schon etwas älter sind. Die sind schon mal hier gewesen. Ich weiß nicht, auf welchen Pfad die es überhaupt geschafft haben, hierher zu kommen. Aber ja, das ist echt lohnenswert. Also auf die unterste Sandbringklippe geht es ein kleiner Pfad hoch. Da kommt man problemlos hoch. Ohne Gefahr. Und hier am höchsten Punkt kann man sich schön gemütlich machen und die Aussicht genießen. Ich werde mal noch fünf Minuten hierbleiben und dann gehe ich nach Schürke zurück. Oh, Nachtrag zur unteren Sandbringklippe. Hier ist ja irgendein topografischer Punkt oder Markierungsstein. Ich habe darauf gestanden, habe es nicht mal wahrgenommen. Das ist ja ulkig. Ist irgendwas eingraviert? Kann man nicht erkennen. Das ist interessant. Also Menschen kommen ab und zu mal her. Das sieht man an dem Weg, an dem Pfad, der hier hoch geht.